Das ist sie, die altbekannte grüne Couch. Und was ist seither nicht alles passiert in Deutschland und der Welt? Nie für möglich gehaltene Corona-Zwangsmaßnahmen, deren Spätfolgen noch überhaupt nicht absehbar sind. Ein Krieg in Europa, fast vor der Haustür Deutschlands, der sich im schlimmsten Fall zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Und unglaubliche Zensur- und Verbotsmaßnahmen in unserem angeblich ach so freiheitlichen Deutschland von einer Bundesregierung, die sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen hätten vorstellen können. Es gibt also genug zu tun, genug laut nachzudenken und interessante Gespräche zu führen mit interessanten Menschen. Dies möchte ich auf diesem Kanal tun. Besuchen Sie mich also und gerne können Sie diesen Kanal auch abonnieren und weiterempfehlen.